Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Hier ist heute wieder Eva von euch. Ihr kennt mich vielleicht von Do-It-Yourself-Inspiration und hier auch von den Videos, in denen ich euch Loom-Kästen vorstelle. Und heute gibt es auch wieder einen solchen Loom-Kasten, nämlich den Crazy Silicon Loops. Und der ist für Arbeiten ohne Knüpfrahmen, also es ist auch kein Knüpfrahmen dabei. Die sind extra groß, die Loops. Und ja, genau, tausend Stück sind dabei. Reines Silikon, das bleibt also immer in Form. Und das steht dabei, es macht Spaß und es ist ganz einfach. Für Kinder ab sechs und es sind zwölf Farben dabei, diese hier, aber das kann auch abweichend sein. Also gucken wir gleich mal, was drin ist. Es sieht aber so erstmal von der Packung her so aus, als ob diese Farben dabei wären. Also diese neuen auf jeden Fall. Und bei den dreien schauen wir gleich mal, ob die noch hier in der Seite liegen. Und ja, dann will ich das Ganze mal aufmachen und reinschauen. Ah, da ist Tetherfilm drüber. Das Ganze lässt sich so öffnen, das wird rausgezogen und sieht so aus. Es sind zwei Häkelnadeln dabei, mit denen gearbeitet wird. Dann sind hier Schließclips dabei, die lassen sich komplett schließen. Das ist eine andere Methode, als die, die sonst dabei ist mit S- oder C-Clips. Also das sind Clips, die komplett verschlossen werden. Also so kleine Ringe. Das Ganze ist hier nochmal gedeckelt. Und sieht dann so aus, dass das Ganze so ineinander gelegt wird anscheinend. Ja, so ineinander. Und dann ist das Ganze zu. Also richtig kleine Ringe, die man so auf und zu schieben kann. Leg die mal wieder rein. Jetzt kann man den ganzen Deckel abnehmen. Es ist jetzt nicht so schön, wie bei so einem richtigen Kasten mit Clips, den man auf und zu machen kann. Also bei so einem richtigen Koffer. Aber die Ringe machen einen richtig stabilen Eindruck. Die lassen sich nicht so sehr ziehen, wie die anderen. Die kann man ja deutlich weiter dehnen. Aber die machen einen stabilen Eindruck. Die kleben nicht oder so. Sehen auch schön aus. Die Farben leuchten schön. Regenbogenfarben sind alle dabei. Ein bisschen Neon. Ja, die gefallen mir ganz gut, die Farben. Also hier dreimal Grüntöne, zweimal Blautöne, pink, also hier ist pink, lila, rot, orange, gelb, weiß und schwarz. Alles, was man braucht. Dann hier diese Häkchen. Den kann man hier abmachen. Mal gucken, was da in der Anleitung zu steht. Warum? Die liegen so in der Hand. Also wie diese kleinen Haken, die normal dabei sind bei den Kästen. Und hier ist dann die Anleitung. Bilder. Hier ist das Ganze einmal auf Englisch. Wie man ein Blütenarmband macht. Ja, hier sind Bilderanleitungen dabei. Hier ist, wie man ein Flechtarmband macht. Wie man den Klipp benutzt. Ah, hier ist das auch erklärt, warum man das Ganze... Ah, das ist die Schutzhülle für oben. Okay. Und hier sind noch mehr Vorschläge, wie man arbeiten könnte. Auch mit Glitzersteinen zum Beispiel. Die sind jetzt aber hier im Kasten noch nicht dabei. Die gibt es dann vielleicht in Erweiterungspacks. So, das ist alles auf Deutsch. Ja. Also zwei Doppelseiten auf Deutsch und das Ganze dann hier nochmal auf Englisch. Also alles gut und ausführlich erklärt. Und hier ist noch ein Zettel drin. Mal eben gucken, was da drauf steht. Ah, da ist das Ganze nochmal auf Französisch. Also dreisprachig. Und hier der Clip, also das Ganze lässt sich öffnen, damit man das Ganze hier draufstecken kann. Um das Ganze oben zu schützen, damit der Haken nicht abbricht. Ja, das Ganze gefällt mir gut. Also die sehen gut aus, die Looms. Und wenn ihr Lust auf Anleitungen habt, schaut mal bei meinem anderen Kanal, Do-It-Yourself-Inspiration, vorbei. Da findet ihr ganz viele tolle Loom-Anleitungen. Auch viele tolle Do-It-Yourself-Sachen. Ein bisschen backen, ein bisschen kochen und, ja, ein bisschen Abwechslung. Wenn ihr Lust habt, schaut mal vorbei. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns ein Abo dalasst. Ihr könnt auch mal bei Instagram, Twitter oder Facebook bei uns vorbeischauen. Ich verlinke euch das Ganze und, ja, bis zum nächsten Mal im Spiel mit mir Kanal.